Die Gäste in den weißen Trikots von links nach rechts mit der ersten Möglichkeit und mit was für einem Freistoß von Maximilian Niemann, sein 19. Landesliga-Tor in der Saison 17-18 und das war ein Freistoß der Superlative. Siebte Spielminute, ansatzlos und das Ein-Mann-Mäuerchen bestehend aus Leon Mandelkau macht hier aber auch netterweise den Weg frei. Siebte Spielminute, ansatzlos und das Ein-Mann-Mäuerchen bestehend aus Leon Mandelkau macht hier aber auch netterweise den Weg frei.